die Lapp Prozent ich werde die Bildung steht gleich da und die Wissen er kommt wirklich für mich etwas zu gebannt Sack Ammonation Oberarum ist aber nicht mehr als er kommt es ist der oder ich bin dort ich habe heute kommen auf das schon es lässt jetzt sehen wo er es bekommt man darf fänden n Prozent wo bist du hin? Fahrschule, over! Warte mal, dann müssen wir zur Fahrschule Richtig realistisch Richtig realistisch Richtig realistisch Ja, zu was gibt's Kopfgeld, meine Fresse Schreib zu was gibt's Kopfgeld, meine Fresse Das ist der Scherze Wozu gibt es Kopfgeld? Doppelpunkt D Das kriegen wir gleich nochmal Probleme Richtig realistisch Warum wie? Mit viel Parkplatz Mit F Wo? Wo? Wo bist du Charlie? Ich verkaufe groß aus mit viel Park Alter So erstmal Lotto kaufen Lotto 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 Was nehme ich? Ich nehme die Hup Ich nehme die Hup Hä? Das ging nicht Du musst doch schon an Nummer 3 Okay, was ist das für eine Zahl genommen? Soll ich sie nicht 33 Ich habe 24 Ich habe 24 Ich habe 25 Okay, was? Du, was die Wertel war Aber ich habe 86.000 wäthchen cool Hier ist 8.000 Wo steht das für dir da läuft er einmal 760.000 810 und auf den überhaupt hin ich weiß nicht das ist so das ist weitere Orte er sagt er warten weil er weit steigt es ist ja nur ein vorderen also bei der Fahrschule das ist doch was sagen er weiter er hat erhören oder doch das hat das Fahrschule bei der LS Fahrschule ja wie geht er bei dir hüpft sag mal du Arschloch Geri er ist sehr gut er hat sich nicht erwischt wir sind ja was so optimal ich bin sehr gut ein mega Verschlaufpause überwörtlich ist wirklich ist also weiter er ist auf was kann so gehört wo bist du hinter dir schlau-schlumpf aufstattet was Prozent auf der Wehrer Schlage im Kopf war mit ich weiß was zu essen ja ich ich brauche Führerschein F-A-B-Schein okay was für die vor da kann ich nicht erschießen klar mit der Hälfte oder was der Verstel ist er mit der Klaue haben Scheiße war aber das nur mit Level 1 keine Leute töten oder anschließend darf man sie für Level 2 wo siehst du das Slash Stats Slash Stats warte mal Level 1 ich darf nicht töten du mich aber nicht wo ich sehe ich das wann wann bekomme ich er ist ja der Respektpunkt was ist das ich hab dabei von vier und wann und wann bekomme ich den Respektpunkt ja jede Stunde einen ja gut dann habe ich in drei Minuten bin ich auch Level 2 Scheiße da muss ich jetzt ganz schnell den Waffenschein bekommen es regnet Slash Farbefug das ist nicht der Waffenschein Scherzi wo ist hier der Waffen nein das ist richtig der Waffenschein Slash Waffenschein der Wiffel Waffenschein wurde nicht gefunden wo bist du hin auf der Fahrschule drauf ich auch hallo hier unten machen wir den Waffenschein wo hier unten unter uns in dem Haus in zwei Minuten dafür darf ich dich töten da wo da ja in dem Haus da unter uns wie kommt man da rein auch hier hey wie wohin wo muss ich hier fach mal fach mal im Chat was man da das I eingeben muss was was ist das Scherb schließlich da schließlich Prozent k k k k k k da aber Robo oder sch 3 Jena Warten warum 70 warum ist heiraten doch wach akzept ich der tscher wie gar nicht da will ihn ja was muss ich sagen dass man das wobe f z.h. hat sie eingeben da gibt es einen Namen dann du es ein Fahrlehrer ansprechend ist das ist 2 F.S. Zett der Zerbe Ewingen die die er hat vor Ort vorerst die Beifaller oder war gekommen ein das aber alle Klasse heute erwischt hier als 15-jähriger aber dieser 15 Uhr Prozent der Haare der Kette Prozent noch alles gut er kommt so ein bisschen ich habe es sehen zur Abbrust ich bin auf dem Dach auch ich habe zaubern du musst und es ist wichtig ich habe ein oder nicht aussteuern bekommen mit Slash Liste Fahrlehrer ja Telefon 6 6 6 2 1 9 es ist ein Ruf auslösen 6 das ist es im S das zeigt die Nummer und es ist auch 6 2 9 6 6 6 wird die Geld über die Gelder das ist das ich sieben schon bei dem es jedoch ich muss ich bin ja auch beschäftigt erweckt die ist was vielleicht hat er hätte ich aber was was machen Slash anrufen und dann oder 6 6 6 1 2 9 gleich anrufen Nummer 6 6 6 1 2 9 das ist mehr genug Handy Geld dann gehen wir zum BSM da zum 24 7 war der Wahl ich bin jetzt der war in der Stadtrolle fahren wir nehmen wir den Bus das kann ein Führerschein Taxi Slash warte mal Slash Service wir holen uns einfach ein Taxi Taxi Service kein Taxi von Online Wheelman Service was Wheelman Service Polizei Polizei können sie uns hier abholen zu cinco Scher sie so sie